Ja hallo, moin moin meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal auf Gustavs Spielwiese mit einem neuen Leckerbissen und zwar ein Free-to-Play-Leckerbissen von Bandai Namco. Gundam Evolution heißt das Ding, ist seit knapp einer Woche draußen auf Steam erhältlich und soll sich so ein bisschen wie Overwatch spielen. Wir haben hier verschiedene Charaktere oder Mechs, besser gesagt zur Auswahl, jede von denen hat irgendwie spezielle Fähigkeiten und die sehen alle natürlich auch ein bisschen anders aus. Sehen so ein bisschen aus wie Transformers, meiner Meinung nach, kann ich euch nicht mehr mal vorführen. Und ja, wir haben hier verschiedene Spiele, nur ich glaube 3 gibt es an der Zahl. Wir müssen jetzt hier in diesem Modus Ziel A oder B verteidigen und das Ganze ist im 6 gegen 6 Modus. Wir haben gerade so einen Mech ausgewählt, der einen Sniper hat und wir sehen auch, wie in Overwatch haben wir verschiedene Fähigkeiten und zwar können wir hier zum Beispiel E aktivieren. Dann schmeißt er hier so ein Upp, jetzt hat es mich da live und ungeschnitten da hingerafft. Ja, das war so ein Podest, wo ich mich dann hinstellen kann und dann mache ich so einen Supersprung. Ähm, ich kann derweil direkt ins Menü rein und mir nach jedem Tod einen neuen Charakter aussuchen. Wir holen uns mal den Barbathos. So, der hat so einen Riesencolle hier, den habe ich glaube ich im Tutorial mal gespielt. Ja, und der Kampf ist tatsächlich auch vorbei. Ich war nicht normal, dass Runde 2 hier anfängt, aber das war eine Niederlage. Ja, ist so gut, der Vorführeffekt, da kann man gleich mal sehen, was hier am Ende der Runde passiert. Und, ähm, hier haben wir nochmal eine kleine Animation. Eine Proberunde habe ich schon gespielt. Also wirklich nur Jungfrau in dem Spiel, kann man sagen. Und, äh, ja, die Grafik muss ich sagen, ist okay. Es ist halt ein Free-to-Play-Spiel. Es ist keine Grafik-Evolution. Hier haben wir natürlich dann obligatorisch eine kleine Auflistung von den Top-Gamern hier. Leider Gottes hat der Gushi mit seinem Team das Nachsehen gehabt. Dann haben wir hier nochmal alles, äh, ein paar Ziele, die wir hier gemacht haben. Erreichen die Spieler schon für drei haben wir geschafft. Erzieht ihr ein Kill in Gelegenheitsmatches haben wir auch gemacht. Ranglichsten-Matches gibt es auch ab Level 20, glaube ich, wenn man sie freigeschaltet hat. Wir gehen einfach mal weiter. Guck mal, eine Kill-Medaille haben wir auch gekriegt hier. Was will man mehr? Ähm, wir werden mal in der Lobby bleiben. Oder? Ne, er entfernt uns automatisch. Okay, dann gehen wir mal ins Verlassen-Menü rein. Und hier haben wir unser Startbildschirm. Der ist auch hier wieder einfach gehalten. Und zwar unser Startbildschirm. Irgendwann, wenn wir auf 20 sind, können wir hier Ranglistenspiele machen. Dann Gelegenheitsmatch, wo ich eben war. Dann haben wir ein benutzerdefiniertes Match und Trainingsmatch. Ich werde jetzt nicht alles anklicken. Einheiten, hier kann man sich die ganzen, ähm, ich wollte schon Operator sagen. Die ganzen, ja, Mechs nenne ich sie mal. Die haben auch schon speziellen Namen. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ähm, die sehen, wie gesagt, so ein bisschen aus wie Transformers. Jeder hat sein eigenes Design. Den finde ich ganz cool. Der sieht aus wie so ein spartanischer Roboter. Ja, kann man mal machen, kann man mal spielen. Warum nicht? Und, äh, ansonsten denke ich mal, dass vielleicht der ein oder andere noch dazukommt. Natürlich gibt es hier einen Shop. Hier gibt es dann ein paar Kapseln, die man sich holen kann. In-Game-Währung, etc. Gerade ein Video machen, wie gesagt, ich klicke jetzt nicht alles an. Freundeslist ist klar. Und hier haben wir dann nochmal die Spielestatistiken. Der Sergeant Gustav ist in voller Motur auf Level 3 gekommen. Und guck mal, wir haben sogar eine Geschenkebox hier. Auch gar nicht mal schlecht. Holen wir mal alles ab. So, guck mal. Haben wir was verdient. 50 Points. Das ist wahrscheinlich diese blaue Währung, ja, genau. Das ist wahrscheinlich diese In-Game-Währung. Und, äh, auch dahingehend, wenn Bedarf besteht, haue ich dann nochmal ein Video raus. Aus derweil werde ich einfach mal ein weiteres Gelegenheits-Match starten. Also, ähm, das erste Match, was ich gemacht habe, das hat eigentlich nicht lange gedauert, bis ich da, äh, jemanden finde. Dafür, dass das Spiel zägernde Woche alt ist, ging das relativ fix. Ich selber habe von dem Spiel noch nichts gehört, aber zufällig habe ich das bei Steam gefunden. Und, äh, ja, vielleicht machen die Entwickler ja ein bisschen Werbung. Bandai Namco ist auf jeden Fall ein namhafter Entwickler. Die machen immer richtig geile Dinger. Und, ja, Season Pass befinden wir uns in Season Nummer 1. Ja, dieses Video ist auch jetzt, äh, aktuell spontan entstanden. Und zwar schreiben wir den Sonntag. Und, äh, eigentlich läuft noch die Open Beta von MB2 Call of Duty. Da wollte ich auf jeden Fall noch eine Runde machen. Deswegen wirklich ein ungeplantes, spontanes Video. Wir sind gerade auch hier in einer Missile Base. Mhm. Okay. 6 gegen 6 geht wieder los. Mal gucken, welchen wir uns jetzt aussuchen hier. Kleines, stumpfes Geballer. Natürlich mit einem Hauch Taktik mit drin, ne? Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Gundam Evolution. Ja. Zieh durch das rein, wie gesagt, Free-to-Play. Es ist keine Early-Access-Vision oder Beta-Vision oder sonstiges. Es ist ein vollwertiges Spiel. Wir nehmen mal derweil den spartanischen Roboter hier. Der gefällt mir ganz gut. Guck mal, den haben sie uns direkt weggeschnappt. Ähm, okay. Dann nehmen wir mal den Pale Rider. Hört sich auch sehr geil an. Hört sich so ein bisschen an wie Saber Rider. Alle Veteranen wissen, wovon ich rede. Saber Rider und die Starsheriffs. Grüße gehen raus. Und, ähm, ja. Wir müssen hier auf jeden Fall die Base verteidigen. Nun, das Ganze geht in knapp eine Minute los. Man hört es auch, es ist auf Deutsch vertont. Das ist immer auch sehr geil. So, Vorbereitungsphase. Mal gucken, was für Fähigkeiten wir haben. Wir haben erstmal E. Das ist so eine Art Energiefeld. Okay, ich kenne natürlich die Fähigkeiten noch nicht. Ich muss jetzt hier Learning by Doing machen. Okay, das war, glaube ich, so eine Art... Habe ich jetzt gar nicht drauf. Ich hatte so eine Granate oder so. Machen wir gleich nochmal. Das Auflade-Ding. Ja, genau. Das war eine Granate. Und dann haben wir noch C. Okay, das ist so ein Heilungssegment. Alles klar. Sehr nice. Derweil können wir natürlich auch direkt, bevor es losgeht, unseren Operator, nenne ich sie mal jetzt, oder unseren Mech wechseln. Aber wir bleiben mal bei diesem Spartaner. Und wir haben eine kleine Sprintfunktion, die sich dann immer wieder so entlädt. So, mal gucken, wo unsere Mates jetzt hier sich befinden. Die Dinger habe ich auch schon gesehen. Das ist Heilung, glaube ich, ne? Okay. So, wir befinden uns hier in diesem coolen Komplex. Ich hoffe, dass der Sound einigermaßen gut ist. Ich habe die Spiele-Soundgeschichte ein bisschen runtergedreht hier für das Video. Dass man auch ein bisschen was vom Spiel dann hört. So, ich bleibe mal bei meinen Mates hier. Oh, da hat er mich gleich erwischt. Ich habe ihn schon ein bisschen eingeheizt. Also, die ersten Gefechte, die ich hier hatte, die ersten Gunfights, die waren schon ziemlich... Äh, nicht ohne. Ich habe schon ziemlich auf die Fresse gekriegt. Ähm. Der eine oder andere Crack, glaube ich, ist hier schon unterwegs. Da das Ganze aber Free-to-Play ist, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall eine solide, stabile Fanbase hier im Laufe der Zeit, äh, bekommt. So, das ist ja, glaube ich, auch ein Spiel, was man... Oh, guck mal, da sind die alle auf einmal. Ich habe doch hier noch eine Granate. Ja, wo war die? Da? Scheiße. Ah, nicht hingehauen. Nicht hingehauen. Live und ungestimmt, Freunde. Ja, kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall eine solide Fanbase bekommt. Lässt sich auch, denke ich, mal sehr gut streamen, das Ding. Grafisch nicht super mega aufwendig. Sollte mein PC hinbekommen. Hm. Wir behalten ihn mal. Auch hier sieht man natürlich Teamplay, das A und O, die laufen alle zusammen im Rudel und dann sind sie natürlich unschlagbar. Deswegen werde auch ich jetzt versuchen, bei meinen Kumpels zu bleiben. So, Sprung haben wir normal. Ich habe gedacht, oder ich hätte gedacht, dass diese Mechs irgendwie einen Doppelsprung haben oder so, haben die aber nicht. Okay, pass auf. Wir haben jetzt... Oh, der hat so ein Energieschild. Okay. Also die Sprintfunktion, die man hat, kann man auch sehr cool als Ausweichbewegung benutzen. Ähm, ich glaube... Ich muss die Buttons noch ein bisschen hier reinziehen. Wir machen mal ein bisschen Heilung hier. Hat nicht lange angehalten. Okay, schon gleich in Sicherheit. Vielleicht können wir die flankieren irgendwie. Oh, ne, da ist kein Durchgang. Scheißenreck. Uh, das kommt nicht von allen Seiten. So muss da Gushy aber rennen. Ah, ja, ja, ja. Zu passiv. Da hat er mich gejagt wie ein Bluthund. Das Ganze ohne Gnade. Ja, das Spiel geht noch fünf Minuten. Ich werde auch das, äh, ich betone es immer wieder, das machen, was ich normalerweise nicht mache. Ne, weil ich das Video jetzt nicht so super lang halten möchte, sondern eher ein bisschen kurz und informativ. Werde ich im Spiel jetzt rausgehen, was ich normalerweise eigentlich nicht mache. Ähm, aber dem Video geschuldet muss es halt jetzt sein. Oh, auch da hat er keinen Stich gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass man hier vielleicht das ein oder andere neue Outfit bekommt. Ähm, ansonsten gehe ich mal stark davon aus, dass man die Mechs irgendwann mit anderen Skins ausrüsten kann. Habe ich mich jetzt, äh, aktiv noch nicht mit befasst, aber ich gehe jetzt mal stark davon aus. Ähm, irgendwas in die Richtung wäre auf jeden Fall da sein müssen, weil irgendwie muss ich das Ganze auch finanzieren. Ähm, und bei aller Liebe zu Bandai Namco, ich glaube nicht, dass sie einfach nur ein Free-to-Play zur Unterhaltung raushauen. Die wollen mit dem Ding auch was verdienen. Und, äh, deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass da, ähm, Skins kommen. Ja, er will hier nicht hochkledern, der Kollege. Oh, da kommen sie an, ich muss wieder weg. Ich laufe mal lieber weg hier. So, jetzt versuchen wir noch ein bisschen Schaden auszuteilen hier. Das Ganze mal ein bisschen aus der Deckung. Ich habe vorhin einen sehr coolen Mech gespielt, der hat irgendwie einen Sniper. Und andere hat irgendwie nur so eine Doppellaser-Kanone, also... Gibt schon interessante Variationen hier. So, vielleicht überleben wir ein bisschen länger. Guck mal, den haben wir das Schild schon auf jeden Fall weggeballert. Heilung raus, Granate raus. Okay, den haben wir eingeheizt. Tatsächlich sogar ein bisschen chaotischer als das neue COD. Die Action, finde ich, ist halt sehr gut komprimiert hier. Ähm, Spielmodis, glaube ich, gibt es halt diesen Herrschaftsmodus. Dann gibt es den, den wir jetzt hier haben. Ich glaube, das ist kein reiner Herrschaftsmodus hier. Und, äh, irgendein anderer. Also, es gab drei Modis zu releasen. Ich weiß gar nicht, was der dritte ist. Schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ihr dahingehend mehr wisst. Oh, jetzt hat er mich. War ein guter Gunfight. Ja, und ja, so sieht die Lage aus, Freunde. Ich denke mal, ein erster Ersteinbruch ist hiermit getan. Ich glaube, ich werde noch einmal spawnen hier. Vielleicht noch einmal, wenn ich das erwische, mit einem neuen, ähm, Mech. Der sieht, oh, der ist noch nicht freigeschaltet. Ex, ja. Die letzten sind noch nicht freigeschaltet. Okay, Kampf ist vorbei. Runde 1 vorbei. Gut. Nichtsdestotrotz, wir machen das. Wir gehen jetzt raus. Weil. Genau, das Prinzip habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, es ist eine gewisse verbleibende Zeit. Ich glaube, wenn das eine Team das Ziel erreicht hat. Und diese verbleibende Zeit ist auch die Runde 2, ne? Achso, komm, wir spielen das immer durch. Wir spielen das immer zu Ende hier. Die drei Minuten haben wir noch. Dann ist das Video ein bisschen länger. Ich kann meine Mails jetzt nicht im Stich lassen, Freunde. Hier versteht er es. Und, ähm, Mesa Elbeis will verteidigt werden. Zieht das auf jeden Fall rein. Macht auf jeden Fall Fun. Und ich denke mal, wenn man das mal mit ein paar Kumpel spielt, dann, äh, sieht das schon ganz geil aus. So, knapp eine Minute noch. Vorbereitungsphase. Drei Minuten Spielzeit. Und so kann ich vielleicht nochmal den ein oder anderen, äh, Mech hier testen. Ist natürlich auch sehr cool, dass es auf Deutsch vertont ist. Das gibt dem anderen noch, äh, dem Spiel noch ein bisschen Flair hier. Die Auflösung ist extrem hochgestellt hier. Muss ich natürlich mal gucken, wenn ich das nachher streamen sollte oder die Tage, muss ich da die Grafik ein bisschen optimieren. Weil mit hoher Auflösung lässt sich das nicht ganz so gut streamen. So, okay. Achso, ich kann ja nochmal vielleicht meine Fähigkeiten testen. Wir haben hier noch die F-Variante. Okay. Was macht das Ding? Aha, aha, okay. Das ist so eine Art beamende Axt. Ich feuere die Axt los und kann mich da hinbeamen. Auch nicht schlecht. Dann haben wir noch die C-Variante. Was ist das hier? Jetzt habe ich jetzt gar nicht gedacht, was das ist. Okay. Okay, die Kanone scheint aber ein bisschen Wumms zu haben. So, das ist natürlich auch ein sehr schönes Areal hier. Wir befinden uns im Weltraum. Natürlich immer noch auf der gleichen Base. So, wir machen einfach mal ein bisschen Alarm hier von da hinten. Dann müsste ich direkt nachladen. Aber man muss natürlich gucken, wie man spielt. Wenn man es nachher drauf hat und die ganzen Charaktere alle kennt. Guck mal, habe ich da sogar meinen ersten Kill gemacht. Gar nicht mal schlecht. Das Ganze live und umgeschnitten. Und ich denke mal, wenn man die ganzen Charaktere dann irgendwann mal so ein bisschen verinnerlicht hat, dann kann man auch so ein bisschen mit dem jeweiligen Charakter, der auch dazu geeignet ist, auch mal in den In-Fight gehen. Deswegen mache ich das eher noch nicht. Ich muss da noch ein bisschen gucken. Das ist meine zweite, sprich dritte Runde. Und ich muss erst mal gucken, dass ich da überhaupt ein bisschen zurechtkomme. Es steuert sich aber sehr gut, kann ich schon mal sagen. Ei, 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 ei. Es spielt sich auch sehr gut. Läuft echt flüssig von der Hand. Keine Ruckler, keine Abschürze bis jetzt. So, achso, das war dieses Beam-Ding, ne? Komm, da beame ich mich mal nach hinten. Ich opfere mich meiner Gruppe. Ich mache mal ein bisschen Bambule hier. Dann kann ich nämlich direkt den nächsten Operator wählen. Und wir nehmen uns mal den Sniper hier. So, wobei ich sagen muss, dass es mir der Uhr haut nicht ganz hin. Irgendwie... Ich fühle mich das nicht ganz gerafft, warum die Uhr sich jetzt irgendwie wieder verlängert hat oder so. Gut, dann muss ich mich mal schlau machen. Werde aber jetzt mein letzter Einsatz sein hier. So, dann versuchen wir vielleicht nochmal den einen oder anderen wegzusnipern. Wenn es denn klappt. Uh, okay, es klappt nicht. Nichtsdestotrotz, Freunde, wir werden, wie gesagt, das Match verlassen. Sollte man natürlich nicht machen. Aber, wie gesagt, dem Video geschuldet. Seht es mir nicht nach. So. Oh, jetzt kommt die Meldung. Kannst du zeitlich spielen. Wenn du ein Match verlässt, musst du dessen Ende abwarten, bevor du einen anderen Spielraum betreten kannst. Ist ein sehr, sehr faires Modell. Das finde ich gut. Strafe. Wem Strafe gebührt, meine Lieben, Freunde? Nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, dieser Ersteindruck. Und falls euch das Video gefallen hat, liked das gerne, kommentiert das gerne, abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr neu dazugekommen seid. Aktiviert auch gerne die Glocke, damit ihr immer informiert seid, wenn der Sergeant Gustav ein neues Video raushaut. Ich denke, das Spiel macht sehr viel Laune, macht sehr viel Spaß. Kann man mal machen. Gundam Evolution von Bandai Namco. Veröffentlichung war, wie gesagt, 20. September 2022. 2022, frisch released das Ding. Free to play vor allen Dingen. Und kann man nichts verkehrt machen, wenn man Bock auf ein bisschen Geballer hat, auf ein bisschen Bambule, auf ein bisschen Action, auf ein bisschen Attacke. Ist das, glaube ich, genau das Richtige. Ist so ein bisschen Overwatch-Style, nenne ich es mal. So ist es zumindest beschrieben. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Video. Checkt das aus. Euer Sergeant Cushy ist raus. Ciao, ciao. Bye-bye.